Genau, versuch keinen Schwung zu nehmen, versuch den Popo wirklich aktiv in... Sagt das, was ich gerade gesagt habe. Hier würde ich wirklich gerne euch dazu raten, das nicht zu machen. So, meine Damen und Herren, willkommen auf dem Frauenkanal. Es ist toller Tag, es ist noch total ungewohnt mit diesen komischen Stöpseln. Aber ihr seht daran, dass es wieder ein hochspannendes Reaktionsvideo gibt auf einen Workout. Warum? Ich möchte ganz, ganz, ganz kurz dazu sagen, es erwartet euch unglaublich viel Mehrwert in diesem Video. Warum mache ich solche Reaktionsvideos nicht, um irgendjemanden schlecht zu machen? Das habt ihr vielleicht bei dem Workout davor gesehen. Ich werde mich diesmal ein bisschen kürzer fassen, keine Sorge. Ich will aber wirklich kurz dazu betonen, ich reagiere heute auf Sophia Thiel. Und ich möchte diese Person weder schlecht machen, noch irgendwas anderes. Erster Punkt, warum mache ich das? Es ist für mich mit recht wenig Aufwand möglich, euch sehr, sehr viel Mehrwert zu bieten an einer trainierenden Person. Ich muss nicht ins Gym, ich muss irgendwie nicht an Frauen das alles zeigen und so weiter. Ich kann euch an einem Video zeigen, was ich davon halte, wie ich die Übungen finde, euch ein paar Tipps dazu geben. Deswegen mache ich das, um euch einfach sehr kompakt sehr, sehr, sehr viel Mehrwert zu geben. An erster Stelle natürlich auch in gewisser Weise, um etwas Reichweite dadurch zu bekommen. Warum? Selbstverständlich möchte ich ja, dass sehr, sehr viele Frauen diesen Kanal sehen, diesen Kanal vielleicht auch vorgeschlagen bekommen. Und das ist auch gut so. Glaubt mir, jede Frau, die auf diesem Kanal sich Tipps holt, wird davon nur profitieren. Weil das wirklich absolut, ich möchte damit wirklich was Gutes für euch Frauen machen. Und vielleicht direkt mal heute, Sophia Thiel, ein Reaktionsvideo auf ihr. Ich habe mir extra mal, ich habe das irgendwann wirklich mal gesehen, aber ich möchte live mit euch jetzt das Workout nochmal anschauen. Ich habe extra eins gewählt, was diesmal im Gym ist. Und zu Sophia Thiel, ich möchte wirklich sie nicht schlecht machen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Sophia Thiel eine so wichtige Person für Frauen, für Frauenfitness war, aber immer noch ist. Und ich würde mir so wünschen, dass sie wieder auftaucht. Ich glaube, es war so ein Ungleich. Ich habe das ja auch beim World Fitness Day damals gesehen, wie viele Frauen sie wirklich zu Fitness angestiftet hat. Wie viel zum selber kochen. Ich finde es so toll und es ist so schade, dass diese Social Media Welt anscheinend ihr da einfach nicht gut getan hat. Obwohl sie so vielen Menschen einfach wirklich weitergeholfen hat. Das an der Stelle, ich finde es wirklich absolut Respekt und Hochachtung vor dem, was sie da gemacht hat. Und deswegen versteht diese Reaktionsvideos bitte richtig und nehmt euch ganz, ganz, ganz viel mit. Und wir gehen jetzt mal auf das Video und starten direkt mal, uns das zusammen anzuschauen. So, Werbung natürlich vor. Vielleicht mal ganz, ganz, ganz kurz bei dem Intro. Finde ich ganz, ganz spannend. Das ist ja einer ihrer aktuelleren Videos. Das ist, glaube ich, auch schon ein Jahr her. Aber dieses, das, was ihr da vorgesehen habt, diese Werbung vorher, ist ja diese Werbung damals von diesem Homeworkout. Ich finde, das war so die Zeit. Ich fand das schade. Ich habe, als ich sie gehört habe, sie kommt mit dem Trainingsplan raus, habe ich mich super gefreut. Weil ich dachte, sie bringt ihren Plan raus. Also das, ich weiß ja, wie sie trainiert hat. Wenn man mal an den Anfängen geschaut hat, wie sie trainiert hat, mit dem Air Jan in dem Gym und hart und intensiv und mit viel Gewicht und so weiter. Und dann kam einfach so ein Homeworkout raus, so mit 15 Minuten leicht zu Hause und dann könnt ihr diesen Körper aufbauen. Das fand ich schade. Weil das war nicht mehr sie. Das war nicht mehr echt. Ich würde mir eben wünschen, dass wenn sie zurückkommt, auch Homeworkouts sind auch super, aber dass sie wieder so ein bisschen authentischer zeigt, wie man trainiert. Deswegen hoffe ich, dass wir in diesem Video, ich glaube auch, wie gesagt, ich kann mich ein bisschen daran erinnern, dass das wieder so ein Workout ist, wie sie es auch praktisch verkörpert. Deswegen vielleicht das so an der Stelle nochmal ganz kurz. So, meine Lieben, ein energiegeladenes, herzliches Willkommen hier aus Air Jans Body Gym in München gemeinsam mit. So, die Videos mit Air Jan, super, wirklich. Auch der Typ, absolut klasse, wirklich, da ist so viel Praxis drin, so viel, so viel Wissen einfach aus der Praxis und so weiter. So viele wertvolle Tipps, also wenn ihr die beiden zusammen seht, ich würde euch vielleicht, wenn Videos, dann würde ich euch immer, wenn ihr da bei Sophia Tee schaut, guckt euch mal die mit den beiden zusammen an. Wirklich, Air Jan, super Typ und mit ganz viel Herz und ich fand, die haben immer super harmoniert. Und, äh, so. Air Jan? Sehr gut, und zwar wollen wir heute euch mitnehmen in unser aktuelles... Nun einfach mal ein bisschen vor, ich will nicht zu lange, ich will wirklich auf das Workout aus. Wir beide sitzen hier in der Kommentatorenbox und sagen euch ganz genau unsere Tipps und Tricks, worauf ihr achten müsst und so weiter. Und bevor wir eben ins Beintraining starten, machen wir... Okay, das ist nur ein Beintraining, genau. Wir fahren mit 30 Minuten leichten Fahrradfahren, einfach so ein bisschen... Äh, dazu, ganz, äh, äh, mein Tipp, mein absoluter Tipp, wahr machen ja, dehnt euch vorher ein bisschen, ein bisschen Mobility, besonders vom Beintraining, das sah auch ganz gut aus, hätte ich mir gewünscht, dass ihr es ein bisschen genauer erklärt. Also, äh, ein bisschen Mobility-Training, ein bisschen Sprunggelenken, ein bisschen wirklich schauen, dass ihr ein bisschen flexibel seid, ein bisschen die Hüfte, ein bisschen dehnen, dass ihr beim Beintraining einfach ein bisschen tiefer, bei Squats oder bei Beinpressen ein bisschen tiefer kommt, dass ihr das Knie ein bisschen nach vorne schieben könnt. Ähm, auf jeden Fall super wichtig. Und, sie hat gerade gesagt, 30 Minuten warm machen, würde ich nicht machen, würde ich wirklich nicht machen. Warm machen bedeutet wirklich, den Körper etwas zu erwärmen, so wie der Name auch sagt, erwärmt euch wirklich 5, 8 Minuten bis 10 Minuten. Es geht wirklich darum, äh, insgesamt einfach ein bisschen wärmer zu werden, insgesamt einfach ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Leitfähigkeit ein bisschen besser ist, dass der Körper wärmer ist. 30 Minuten sind etwas viel, ich versuche ein bisschen schneller zu reden, äh, 30 Minuten sind etwas viel, weil ihr da einfach, äh, einfach zu viel Glykogen verpulvert, sage ich mal. Was ihr für ein hartes Workout, wenn ihr im Gym trainiert, braucht ihr Power, braucht ihr viel, viel Kraft, äh, und da verpulvert ihr einfach sehr, sehr viel Zucker, den ihr praktisch für das harte Workout braucht. Halbe Stunde finde ich zu viel, 10 Minuten macht, wenn ihr ein Cardio machen wollt, ist lieber danach, weil da braucht ihr einfach nicht mehr so viel Power. Äh, deswegen das so als, als Tipp schon mal vorab. Blutdienmuskulatur kriegen, damit das Ganze auch schön aufgewärmt ist, und dann starten wir nämlich in die erste Übung. Und in dem Fall ist es unsere Lieblings, äh, Übungsabfolge, und wir beginnen mit den liegenden Bein-Bizeps-Curls. Mhm. Äh, äh, liegende Bein-Bizeps-Curls, äh, als erste Übung finde ich nicht verkehrt. Äh, man kann das machen, man muss nicht immer mit der schweren Grundübung anfangen beim Beintraining. Äh, Bein-Bizeps hat auch den kleinen Vorteil, dass ihr den, äh, den Teil einfach auch schon so ein bisschen, ja, zum einen unter Tonus bringt. Das heißt, ihr bringt den Muskel schon mal so ein bisschen bei, okay, ich, ich, ich brauche dich, zum Beispiel auch, äh, später dann für Squats und so weiter. Das heißt, er ist einfach schon mal so ein bisschen warm gemacht, ein bisschen vorermüdet, er weiß, wie er dann arbeiten kann, und ihr dehnt auch so ein bisschen den Teil, äh, schon mal, äh, und, äh, grundsätzlich absolut nicht schlecht. Kann man absolut machen, ähm, ihr könntet aber auch zum Beispiel erstmal Squats machen, oder erstmal eine Beinpresse und das danach machen. Äh, beides völlig in Ordnung. Genau, wenn man, äh, Schwachpunkte als Bein-Bizeps hat, kann man ohne weiteres, äh, mit Bein-Bizeps anfangen, damit, äh, diese Muskelgruppe aktiviert ist und durch ganzes Training uns dann, äh, begleitet, aktiv im Zustand. Ja, da sollte man auch nicht mit... Der Ajan ist super, der ist, äh, wirklich auch so ein richtiger Mann aus der Praxis, äh, wo er nicht, äh, wirklich so aus der Praxis redet. Also manchmal vielleicht, äh, ich glaub, einige so Science-Leute oder so, so Theorie-Leute, die, die versuchen da seine Wörter vielleicht auch, oder würden das jetzt versuchen. Nein, er, er, er weiß, dass es in der Praxis funktioniert und, äh, würde ich ihm wirklich Recht geben, wie er es auch gesagt hat. Also wirklich gute Tipps. So viel Schwungsschummeln und wir beginnen jetzt gerne, dass... Genau, versucht keinen Schwung zu nehmen, versucht den Popo wirklich aktiv ins Polster zu drücken, wirklich. Also wenn ihr die Beine hochhebt, drückt den Hintern wirklich nochmal, äh, richtig schön ins Polster. Denkt dran, den Bein-Bizeps, äh, den bearbeitet ihr sowohl... Was wir halt hinten schon mal aufgewärmt sind auf der Beinrückseite und gehen dann über in die freien Kniebeuge. Oh, hier ist jetzt vorbei. Äh, sowohl wenn ihr die Beine beugt, aber auch eben die, 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 die Hüfte streckt. Das heißt, der Bein-Bizeps arbeitet sozusagen aus, 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 aus zwei Winkeln. Das heißt, nicht nur die Beinbeuge, sondern auch eben die, die Hüftstreckung. Und die könnt ihr ein bisschen da mit, mit, mit reinnehmen. Also, äh, schaut, dass ihr den Hintern praktisch ins Polster drückt. Ähm, haben wir auch nicht mal als erste Übung gemacht, aber so haben wir auch noch... Haben die auch oft als erste Übung gemacht, eben. Deswegen sage ich auch, ihr könnt wirklich das, das eine oder das andere machen. Stabilität. Stabilität und für die, die nicht richtig runter können, weil eben, äh, die Kontrolle fällt. Ein, äh, Muskel, die Spannung hat, kann man viel besser kontrollieren. Sehr gut. Finde ich gut. Das, also, sagt das, was ich gerade gesagt habe, dass er praktisch schon unter Spannung ist, dass er, dass ihr den gut kontrollieren könnt, dass ihr den praktisch so gut ansteuern könnt, eben auch bei Kniebeugen. Denkt dran, bei Kniebeugen wird auch der Bein-Bizeps mit beansprucht. Äh, sie macht die toll. Irgendwie, wenn die Muskeln keine Spannung sind. Dass der Rücken gerade ist, dass der Rücken gerade ist, achtet bitte bei Squats darauf, dass ihr Spannung habt, besonders im oberen Teil des Rückens. Bei Frauen ist es eben so, dass sie hier dann einsacken und rund werden im oberen Rücken. Da schaut er sehr, sehr, sehr genau, sehr, sehr schön, dass die Schultern hinten bleiben, äh, dass der Rücken gerade ist, dass der Hintern, äh, rausgedrückt wird, wenn man runter geht, äh, super Übung. Auch eben, äh, leicht nach außen bringen, nicht nach innen zeigen. Ganz genau. Und den Rücken immer gerade lassen, Oberkörper aufrecht und versuche in einer Linie nach oben zu gehen. Oben spanne ich den Po nochmal super gerne. Dieses, äh, fragen sehr, sehr viele Frauen, dieses Oben, dieses Anspannen, dieses Hüfte noch ein bisschen nach vorne schieben, ähm, halte ich nicht so viel von, weil ihr eben keinen Widerstand mehr habt, praktisch in die Hüftstreckung. Das heißt, wenn, wenn, wenn die Beine oder wenn ihr fast gerade seid oben, dann bringt dieses, dieses, dieses Anspannen, ihr könnt den Anspannen schon, also ihr sollt den Hintern anspannen, aber dieses, dieses Hüfte nach vorne klappen, bringt nicht mehr viel, weil ihr ja nur noch Last von oben habt. Ich finde es fast sogar, äh, ich würde eher dazu raten, den zwar anzuspannen, aber praktisch so die Hüfte nicht ganz nach vorne, äh, zu packen, äh, weil diese Endkontraktion, ähm, die habt ihr dann nicht. Wir haben unten viel Spannung und nach oben wird es immer weniger und, äh, Anspannen ja, aber nicht mehr so dieses nach vorne drücken, was sie, hier so macht, so dieses nach vorne schieben, muss man wirklich nicht mehr machen. Vor der Beinpresse nochmal eben eine isoliertere Übung für die Beinvorderseite. Okay, das macht sie, sie heißt, sie macht jetzt noch, äh, Beinstrecker. Finde ich auch sehr, sehr effektiv, vor allem. So, Beinstrecker, ähm, ja, ist eine gute Übung, ähm, ich finde, ähm, erstens macht sie bitte nicht zu schwer, ihr habt wirklich sehr, sehr viel Last auf der, äh, auf der Patellasehne, ähm, und, äh, wie gesagt, es sind vier Muskeln, die praktisch über eine Sehne laufen, macht die bitte nicht zu schwer. Ihr habt sehr, sehr viel Gewicht oder sehr, sehr viel Hebel praktisch in der Endphase, ähm, wenn, dann mit wenig Gewicht. Ich finde aber, dass man, äh, wenn man schon Kniebeugen macht und, und andere Teile, ihr müsst sie nicht unbedingt machen, würde ich mal sagen. Wenn man vor einer großen Übung, äh, oder ein Allroundübung auch eine lokale Übung vorzieht, und das ist Beinstrecker. Ja. Für die vordere Seite. Davon, äh, machen wir auch eben, wie bei jeder Übung, machen wir vier Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen. Was ich ganz toll finde, schaut mal, ähm, das, das finde ich eben so schön, äh, schaut mal, wie sie sich anstrengt, schaut mal, wie, er hilft noch so ein bisschen, also, das heißt, er versucht noch so ein bisschen, all, all diese Trainingsmethoden, die ich immer, äh, auf dem Männerkanal auch zeige, wo ich aber auch sage, Frauen sollen auch so trainieren. Frauen sollen sich auch mal trauen, so wie sie jetzt gerade vielleicht nicht den, den schönsten Gesichtsausdruck zu haben. Ich finde das, und das ist so der Grund, warum ich finde, dass sie so ein tolles Beispiel ist für Mädels. Also, sie, sie, sie trainiert und achtet nicht darauf, wie sie aussieht gerade, äh, vom, 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 vom Beauty-Faktor oder irgendwas. Und genau so ist es halt auch. Jede Frau, die da irgendwie toll aussieht bei einer Übung, dann trainiert sie die Übung nicht richtig. Eben mal bis ans Limit gehen, genauso, äh, wie auch Männer. Also wirklich mal richtig, richtig schön, äh, bis ans Muskelversagen, hin und ran tasten. Und vor allem beim Beinstrecker mache ich gerne einen Reduktionssatz. Das heißt, äh, beim letzten und vierten Satz strecken. Super schön. Reduktionssatz, Dropsätze, das sage ich auch immer genauso bei Frauen. Und arbeitet bitte mit Dropsätzen, weil ihr euch damit eben noch näher ans, ans, ans Muskelversagen, ran tasten könnt. Und damit könnt ihr einfach noch viel, viel bessere Erfolge fahren. Also super, super gut. Der Erdstand, nochmal, ähm, drastisch auf ein geringeres Gewicht. Und ich mache da nochmal so viele Wiederholungen, wie gehen. Super schön. Und dann gehe ich erst in die, äh, Monsterübung wieder über, sozusagen. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Und so weiter ein bisschen variieren, wo man gerade haben möchte. Genau. Schaut das in den Augen, streckt auch nicht ganz durch. Das ist eine große Übung, wo man innere, äußere, vordere und hintere Beine... Ähm. Also, das Volumen ist viel. Also das heißt, es ist wirklich sehr viel, sehr viele Übungen für den, also sehr Quadrizeps-lastig. Äh, das alles in einen Workout zu packen, finde ich etwas viel. Komm, ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ich finde, es ist schon viel. Wenn man schon Beinstrecke hat, wenn man schon Squats hat, dann noch eine Beinpresse ausgiebig machen. Es ist einfach in einem Workout sehr viel, sehr, sehr viel. Und wenn ihr dann noch Reduktionssitze macht, wenn ihr, ich finde, kommen wir vielleicht zum Schluss mal, ich gebe euch vielleicht mal einen Tipp, wie groß so ein Workout sein soll. Meiner Meinung nach, äh, wenn ihr so viel Volumen habt und das dann zwei, dreimal die Woche macht, ist das einfach zu viel. Das ist, äh, da gelangt ihr sehr, sehr schnell in Übertraining. Ihr müsst nicht so viel trainieren. Ähm, schaut mal erstmal weiter. Grundsätzlich aber eine tolle Übung. Also, Beinpresse, tolle, tolle Übung. Nicht nach oben, sodass das Gewicht mehr auf den Schwerchen lagert. Zehenspitzen und, also, das sind eigentlich genau parallel meine Füße. Und die Knie gehen Richtung Schultern, ganz wichtig, fest im Sitz drin halten. Nicht mit dem Po eben, äh, stark abheben. Sie hebt ein bisschen hoch mit dem, wenn sie runter geht, hebt sie ein bisschen mit dem Po an. Es ist nicht tragisch. Viele sagen, oh Gott, wenn man da rund wird, dann, da passiert, ihr habt, ihr habt ja keine, ihr habt ja keine Last wirklich auf der Wirbelsäule. Wenn ihr da ganz, ganz leicht, minimal, mit dem, ihr sollt natürlich versuchen, mit dem Hintern gegen das Polster zu halten. Und ihr sollt versuchen, den, den Bauch rauszudrücken und den, aber wenn ihr da so minimal abhebt, das ist jetzt auch nicht tragisch. Also, äh, so wie sie das macht, sie hebt so ein bisschen mit dem Hintern an, das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht so schlimm, dass es so tief runter zu gehen. Und nach diesen vier Grundübungen, also die sind bei mir immer mit dabei, gehe ich eigentlich schon über in die erste isolierte Po-Übung. Und das sind jetzt sehr, sehr effektive Übungen, sehr, sehr Kraftrauben. Genau, Ausfallschritte. Weil man ja, äh, fast 24 Wiederholungen macht, ohne. Noch mehr Volumen, klar, natürlich auch wieder Hintern mit drin, aber auch sehr, sehr viel Quadrizeps wieder, äh, sehr viel. Also auch, also die Übung an sich macht sie toll und sie ist eine sehr, 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 ist eine super gute Übung. Nein, das ist ein konditioneller Kraftakt, ist auch sehr, sehr effektiv für Po, Innen, Oberschenkel wieder. Ja, das heißt, die machen die schon leicht, machen die mit vielen Wiederholungen. Natürlich ist es auch eine große Übung, also das ganze Bein muss da irgendwie mitarbeiten. Ich achte mal darauf, dass eben, dass ich versuche, das Gewicht wirklich nur aus der Ferse zu drücken, aus diesem einen Bein. Alle Tipps, super für die Übung selbst. Das andere Bein nehme ich sozusagen als Stützrad und hebe es immer an. Genau, und machen richtig schön Wiederholungen, denkt an dieses holistische System, was ich euch auch immer rate, wirklich eine sehr schwere Übung, eine so mittelschwere, die ein bisschen isolierter ist, und dann eine auch mal leichter mit vielen Wiederholungen, wo wir richtig schön 20, 25 Wiederholungen gehen, um da auch die Durchblutung zu verbessern, um auch die, 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 die anderen Fasern auch so ein bisschen, die langsamer kontragierenden Fasern ein bisschen anzuregen, auch absolut gut. Ich finde nur vom Volumen in einem Workout finde ich das jetzt sehr, sehr, sehr viel. nochmal extra mit nach vorne, so eine Art Extraschritt, aber letzten Endes möchte ich mich nur auf das eine Bein fokussieren, das sozusagen zerstören und dann wechsle ich auf die andere Seite. Ich finde es nicht, dass sie sagt auch zerstören, das ist, das hört sich immer so schlimm an und Mädels denken glaube ich alleine, wenn sie in so einem Gym wären und wenn sie sowas hören, dass sie dann irgendwie Giganten, Riesen werden oder so, überhaupt nicht. Ich finde auch, sie hier in diesem aktuellen Zustand hat ganz, ich finde ganz toll geformte Beine, toll, also ganz, ganz symmetrisch, ich finde das super, es sieht auch gar nicht so männlich aus und wie gesagt, wenn man so hart trainiert, da passiert da nichts Schlimmes. Mit der Fußstellung muss ich ja auch gucken, wenn der Fuß zu weit nach vorne ist, ist es instabil und zu nah geht es nochmal sehr stark auf das Knie, deswegen tariert es auch nochmal ausüber in die zweite isolierte Po-Übung und zwar sind das jetzt hier die Kurzkanzel-Sumo-Squarks. Auch sehr wichtig für innere Oberschenkel und bei einbeinigen Ausfallschritten noch. Okay, also es ist jetzt nicht wirklich für die inneren Oberschenkel, es wird, innen wird etwas, also je breiter man die Beine stellt, desto etwas, aber es ist wirklich nicht viel, je nachdem wie ihr die Knie stellt, etwas mehr wird dann die inneren Teile der Oberschenkel werden ein bisschen stärker beansprucht, aber nicht viel. Also auch hier wieder haben wir sehr, sehr, sehr viel Quadrizeps mit drin, wir haben auch wieder viel Hintern mit drin, auch eine super Übung für sich gesehen, aber zusammen ist es einfach sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Volumen einfach. Um mal zu erwähnen, wenn man ein Bein hochhebt, dann ist Po gefragt, um... Ah, sehr schön. Ne, lässt dann auch wirklich eine ganz, ganz tolle Variante, das Ganze zu machen, bis es nicht mehr geht, dann die Hand liegen lassen und nochmal ohne Hand das Ganze auszureizen. Ist auch nochmal praktisch ein Dropsatz, ein Reduktionssatz. Finde ich toll, dass sie so stark mit Intensitätstechnik arbeiten. Aktiviert man Po-Muskeln auch dort sehr, sehr gut. Ja, da ist natürlich so, man muss echt schauen, dass man ein richtiges Gewicht wählt, dass man ja kein Rundrücken macht. Super, genau, Rücken ist super schön gerade. Hier könnt ihr tatsächlich richtig schön den Hintern anspannen. Ich stelle mich am Anfang aber meistens gern so hin, wie meine Endposition sein soll. Also meine Füße zeigen ja stark nach außen, leicht am Boden zu berühren und dann oben den Po fest zusammen zu zwicken. Genau, super. Das ist aber eine sehr belastende Übung für das Knie, so wenn man ein Knieproblem haben sollte, kann man hierbei aber ausweichen. Deswegen habe ich jetzt noch zwei... Ist auch sehr, sehr schön, wirklich die Knie weit nach außen drücken. Das heißt, die zeigen in die Richtung, wo auch eure Füße hinzeigen, nicht eben, ganz viele machen das, Füße breit stellen und die Knie dann eng. Das ist wirklich, dann ist es wirklich nicht gut fürs Knie, wenn die Knie wirklich unter den, wenn die Füße praktisch unter den Knien sind, dann ist das Ganze auch gar nicht so belastend für die Knie. Kaltere Übungen für euch gefilmt, die ihr als Alternativen machen könnt. Sieht super aus. Und zwar haben wir hier einmal die Reverse Leg Raises. Hierbei könnt ihr euch, also umgedrehtes Bein heben. So, hier ist zum Beispiel so eine Übung, die würde ich tatsächlich, wenn ihr zum Beispiel Squats macht, die noch ergänzen als Beispiel, weil ihr eben hier die Endkontraktion habt. Das, was ich euch gerade bei den Squats erklärt habe, dieses Durchstrecken, dieses Po-Anspannen und die Hüfte komplett strecken, macht bei den Squats gar nicht so viel Sinn, weil ihr ja keinen Widerstand mehr habt, was euch praktisch nach hinten zieht, sondern nur von oben. Hier zieht euch das Gewicht ja nach unten, der Ball und die Beine und ihr habt eben in der Endkontraktion den größten Hebel. Das ist so eine schöne Sache, die man eben kombinieren kann mit Squats zum Beispiel. Oder wenn ihr euch eben umgekehrt auf eine Bank legt, nehmt euch praktisch irgendwas auf die Hüfte und dann habt ihr praktisch eine Endkontraktion richtig, richtig schön nochmal die Spannung. Das ist eine super Übung. Entweder bei der Bank legen oder bei irgendeinem Plateau, wo ihr euch vorne festhalten könnt. Zu ergänzen. Und dann bringt ihr sozusagen die Beine im gestreckten Zustand nach oben und spannt oben den Po richtig fest an. Dann, um das Ganze zu erschweren, haben wir nochmal einen Ball zwischen die Beine genommen. Tolle Übung. Richtig nochmal schön zusammendrücken den Ball. Sondern auch nochmal zusammendrücken für die Oberschenkelinnenseite. Also es ist wirklich eine sehr gute... Das ist tatsächlich, genau, das ist tatsächlich dann für die Adduktion nochmal sehr, sehr gut, wenn ihr den nochmal zusammendrückt und gleichzeitig könnt ihr es super machen. Besonders so zum Schluss, um das nochmal richtig schön auszureizen. So eine tolle Übung. Ist gar nicht so leicht, wie sie aussieht. Wenn ihr nicht mehr könntet, schmeißt den Ball einfach weg und macht nochmal so viele Wiederholungen, bis es richtig brennt. Sehr, 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 sehr gut. Oder ihr könnt auch gerne mit den Fußschlaufen am Kabelturm Kickbacks machen. Na, da habt ihr auch die Endkontraktion hauptsächlich mit drin. Habt aber auch vorne noch ein bisschen mehr Widerstand. Das heißt, für alle, wo die Übung davor vielleicht zu leicht war, wo ihr einfach zu viele Wiederholungen machen könnt, ist das eine tolle Sache, um sich vielleicht ein Gewicht zu nehmen, wo ihr so 12, 15 schafft ungefähr. Noch eine richtig gute isolierte Popenbuch. Schauen wir mal, wie sie sie macht. Das finde ich auch. Ich meine, wäre wirklich mit Standproblemen und so weiter einfach. Ja, als kleiner... Ohne den Knie zu benutzen. Genau, es ist wesentlich knieschonend. Und als kleiner Tipp. Genau, schön nach vorne gehen. Wenn ihr welche bestellen solltet, oder wenn euer Fitnessstühl welche haben solltet, ich habe mir meine einfach online bestellt, sondern mit diesem Schlauflochverschluss, wie man das nennt. Ich würde nicht mit dem Hintern mitgehen. Das machen eben auch ganz, ganz viele Frauen. Das heißt, wenn das Bein nach unten geht, gehen sie mit dem Hintern mit. Und sie sollen genau das Gegenteil machen. Das heißt, wenn das Knie nach unten geht, geht der Hintern sogar eher nach oben gegen die Bewegung. Und dann praktisch, wenn das Bein hochgeht, streckt man die Hüfte. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Macht sie ganz, ganz toll. Und ich bin ein großer Fan von ihren Tränen. Schaut einfach, dass ihr dann abwechslend eure Beine da eben auch mit ca. 10 bis 15 Wiederholungen da so richtig beansprucht und den Po so richtig auspresst, wie ich immer so schön sage. Sag ich auch immer, das ist gut. Wenn ihr den Po auspresst, dann schaut ihr einfach auch, dass der Oberkörper nicht... So sieht unser Beintraining immer aus. Wir versuchen immer bis ans Äußerste zu gehen. Okay, das war es jetzt. Wenn ihr einen Satz macht, wo ihr einfach noch drei, vier hättet schaffen können, dann ist dieser Satz einfach bei weitem nicht so effektiv wie einer, wo ihr wirklich ans Limit geht. Dann macht lieber einen Satz weniger, aber geht bei den Sätzen wirklich ans Limit. Bei jedem Satz. Ich würde auch ganz gut für euch einfangen, dass ihr wirklich seht, wie wir beißen, wie wir kämpfen und jedes Mal ist eine Herausforderung davor, aber das ist das beste Gefühl danach. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr für eine dramatische Beziehung zum Beintraining haben solltet. Okay, da unten. Zeigen wir nochmal. Genau. Und dann kommen wir noch zu unserem generellen aktuellen Trainingssplit, den wir haben. Also wir haben unseren Körper auf vier Tage aufgeteilt. So ist Tag 1 zum Beispiel eben Beine und bei mir nochmal extra Fokus pro. Ich schaue ganz kurz, oder? Der zweite Tag ist Schultern und Waden. Dann haben wir Rückruf und Bauch und dann haben wir Brust, Arme und wieder Waden. Also Waden und Waden. So, hier würde ich wirklich gerne euch dazu raten, das nicht zu machen. Deswegen, jetzt versteht man auch, warum da so viele Übungen sind. So, wenn man so einen Vierersplit macht als Frau und das womöglich nur eben dann einmal. Also ich gehe nicht davon aus, dass ihr jetzt fünfmal die Woche trainiert. Das heißt, einmal die Woche nur dieses Beinprogramm. Es ist einfach nicht so gut, wie wenn ihr das Ganze zum Beispiel auf zwei Tage aufteilt. Ich würde euch wirklich empfehlen, jede Muskelgruppe zweimal die Woche mindestens zu trainieren, weil ihr einfach bessere Ergebnisse erzielen könnt. Weil die Protein-Biosynthese, weil einfach die Regenerationszeit nicht so lang ist. Wenn ihr wirklich nur einmal die Woche trainiert und dann das ganze Workout nochmal danach die Woche, verschenkt ihr einfach Möglichkeiten. Das heißt, es wäre viel, viel, viel sinnvoller, dieses Workout zum Beispiel, jetzt einfach mal so zum Mitschreiben, macht zum Beispiel einmal in der Woche, macht ihr zum Beispiel die Squats, praktisch die Bein-Bizeps-Maschine, danach vielleicht noch was für den Hintern und das war's. Und an einem anderen Tag macht ihr dann zum Beispiel die Beinpresse, dann nochmal eine schöne Übung für den Hintern, ein bisschen isolierter, nochmal ein bisschen Bein-Bizeps und vielleicht nochmal ein bisschen Beinstrecker. Das heißt, dieses Workout in zwei ruhig teilen und das dann wirklich an zwei Orten in der Woche machen, damit ihr das zweimal die Woche habt. Und wenn ihr zum Beispiel viermal die Woche trainiert, nehmt an den anderen beiden Tagen einfach den ganzen Oberkörper mit rein. Ihr müsst nicht Brust, Arme, Waden und so weiter. Das ist zu isoliert. Ich würde euch dann empfehlen, zum Beispiel dieses Bein-Workout zu machen, aufteilen auf zwei, dann vielleicht noch ein bisschen Waden mit reinnehmen in diesen Beintag und zweimal die Woche einen Oberkörper-Workout machen. Damit fahrt ihr besser, wenn ihr alle Muskelgruppen zweimal die Woche habt. Wenn ihr eben, ich sag mal, natural seid, ich will Himmelswillen, ich will also für Himmelswillen nichts unterstellen oder so, aber ich würde, wie gesagt, wenn ihr natürlich seid, wenn ihr keine Hilfsmittel benutzt oder so, habt ihr einfach mehr davon. Dann, euer Körper ist früher bereit, wieder Leistung zu zeigen, als wirklich erst nach einer Woche. Und es macht auch mehr Spaß, ein bisschen häufiger die Muskelgruppen zu trainieren und nicht ganz so ausführlich. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Volumen für die Beine, auf einmal auch für den Hintern. Ansonsten, die Übungen, vielleicht so ein ganz Fazit, die Übungen sind alle super. Dieses Video, wir verlinken das unten, könnt ihr euch wirklich, solltet ihr euch in voller Länge nochmal anschauen. Das sind ganz, 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 ganz tolle Übungen. Die Übungen sind toll erklärt, die Reduktionssätze sind toll, die Ausführung ist super, die Anstrengung ist toll. Wie gesagt, ich finde so, ich würde mir einfach mal wünschen, dass ihr das mal ausprobiert, so zu trainieren. Und ihr werdet merken, dass es auch viel, viel mehr Freude macht, so zu trainieren, wenn man wirklich mal ein bisschen ins Limit geht, wenn man merkt, dass man von Workout zu Workout auch etwas besser wird, etwas mehr Wiederholungen schafft, etwas mit dem Gewicht hochgehen kann, wenn man sich da wirklich verbessert, wenn man merkt, oh cool, ich kann da wirklich was reißen. Ich weiß es, weil ich mit sehr, sehr vielen Frauen trainiert habe, dass das unglaublich viel Spaß macht und dass man als Frau dann merkt, oh cool, ich werde immer besser, immer stärker. So als kleiner Tipp, wie gesagt, nichts gegen Homeworkouts, man kann auch zu Hause und ich werde euch deswegen auch zeigen, ich werde euch im Gym coole Workouts zeigen, ich werde euch zu Hause ganz, ganz tolle, fordernde Workouts zeigen, mit denen ihr ganz tolle Erfolge erzielen könnt. Und wie gesagt, nochmal als kleines Fazit, liebe Sophia, du bist ein Riesenvorbild für ganz, ganz viele Frauen, warst immer ein Riesenvorbild und hast so viel bewegt. Ich finde, es ist eine der, ich glaube sogar die einzige Frau, oder nein, es gibt noch ein paar, eine der wenigen Frauen, die wirklich auf YouTube so viele Mädels dazu gebracht haben. Wie gesagt, guckt euch wirklich diese World Fitness Day-Geschichten an, so viele Mädels, die da mitgemacht haben. Ich finde das so toll und ich fände es sehr, sehr schade, wenn das nicht weitergehen würde. So, an dieser Stelle, meine lieben Freunde und Freundinnen, und ja, abonniere den Kanal, empfehle das bitte weiter. Mich würde sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir damit unglaublich viele Frauen erreichen. Vielen Dank für euer Feedback, vielen Dank auch für die Einkäufe, eben bei Body, bei Body, bei Nutrition. Die Ways sind bei Frauen unfassbar beliebt. Wie gesagt, an der Stelle auch nochmal viel, viel, vielen Dank für euer Vertrauen und wir sehen uns, oh, jetzt höre ich mich besser, jetzt sehen wir uns, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen, vielen Dank, kommentiert bitte konstruktiv. Ich würde mich sehr, sehr freuen über eure Meinung und wir sehen uns schon im nächsten Donnerstagsvideo. Bis dahin, euer Simon.